krippenwagen-vergleich.de Krippenwagen-Dreisitzer Für Kinderbetreuung, Drillinge oder Geschwister Nicht immer wird für Ausflüge in der Krippe oder Tagespflege gleich der große Bollerwagen der 4 oder 6 Sitzer gebraucht. Manchmal tut es auch der Krippenwagen-Dreisitzer. Ist die Gruppe von Kleinkindern bzw. Babys größer als 10 Kinder, dann reicht auch der größte Krippenwagen nicht aus. Selbst wenn einige Kinder laufen, werden sie noch keine weiten Wege schaffen. Dann ist der Krippenwagen-Dreisitzer die perfekte Ergänzung. Viele Tagesmütter haben in der Regel nur 3 Babys oder Kleinkinder zu betreuen. Sind die eigenen Kinder schon größer, dann ist der Krippenwagen für 3 Kinder die ideale Wahl. Die Dreisitzer sind aber nicht nur für die Kinderbetreuung gefragt, sondern auch für Eltern von Drillingen oder Zwillingen und kleinem Geschwisterkind. In jedem Fall kommt es darauf an, den Pass der Wagen für die jeweiligen Ansprüche zu finden. An erster Stelle steht die Qualität. Verschiedene Modelle zur Auswahl. Für die Kinderbetreuung sind an die Kinderwagen besonders hohe Anforderungen zu stellen. Sie haben nicht nur eine Kleinkindphase zu überstehen, sondern sollen eine ganze Reihe von wechselnden Kindergruppen gerecht werden. Beim Wagen für die eigenen Drillinge oder Geschwisterkinder ist dagegen auch noch auf die Mitnahme bei Autofahrten zu achten. Die Dreisitzer sollen also leicht zusammenklappbar und perfekt im Kofferraum verstaubar sein. Für Tagespflege und oder eigene Kinder sind außerdem Wagen zu empfehlen, die sowohl lieber Babywann, Sportsitze, bestenfalls noch Autositze verfügen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Child-Wheels-Triplet-Krippenwagen. Die Sicherheitsanforderungen sind bei allen Krippenwagen gleich hoch anzusetzen. Als idealer Krippenwagen-Dreisitzer kann der Krippenwagen-Triple City Elite genannt werden. Er hat drei nebeneinander angeordneten Sitze, 16 Räder und eine Fußbremse. Praktischer Ablagekorb ist unter der Durchgangstange angebracht. Vom Hersteller Child-Home stand ein Krippenwagen-Dreisitzer mit zwei hintereinandersitzen und einem Vordersitz. Schwenkbare Vollgummireder und voll hervorragender Federung. Der Child-Wheels-Krippenwagen-Dreisitzer-Triple mit Rebenverdeck ist ein komfortabler, gut leckbarer Wagen für Krippenwagen-Privatbedarf. Das sind einige Modelle für dreisitzige Kinderwagen unterschiedlicher Hersteller. Was gibt es zu beachten beim Kauf von Krippenwagen-Dreisitzer? Gerade in der Tagespflege und Großtagespflege kann die Gruppenstärke oft wechseln. Auch in der Krippe oder Kita sind die Gruppengrößen nicht immer konstant. Hier sollte darauf gesehen werden, ob ein alleiniger Wagen oder als Ergänzung zum Großwagen der Krippenwagen-Dreisitzer dauerhaft ausreichend ist. Es kann dagegen manchmal sinnvoll sein, sich gleich für einen etwas größeren Wagen oder Bollerwagen mit Bänken zu entscheiden. Besonderes Augenmerk sollte auf Qualität und Lebensdauer des Wagens gerichtet werden. Er muss höchsten Beanspruchungen gewachsen sein. Natürlich müssen auch die Krippenwagen-Dreisitzer über sichere Gurtsysteme verfügen. Am besten sind Gurtsysteme, die sich nur von Erwachsenen lösen lassen, wie bei der Marke Child Wheels. Bei größeren Kindergruppen muss die Aufmerksamkeit schließlich auch und besonders den laufenden Kindern gerät. Dann sollte sich die Kleine nicht selbstständig abschneiden können. Zu 100% sicher sein müssen vor allem die Bremsen. Die Sitze sollten klappbar sein und die Fußstützen verstellbar. Regenschutz und Sonnenwindverdeck sollten zum Krippenwagen-Dreisitzer gehören. Die Wagen müssen unbedingt die gültige Sicherheitsnorm EN 1888 vorweisen können.